Hab doch einfach noch mal Hunger, bitte! Ähm... Nee, Grounded, dich... dich möchte ich nicht grüßen. Ich möchte dich jetzt nicht grüßen, du bist... du bist einfach zu groß, der Fan. Rr-Grohn-Dietje, der Präsident von Akumas-Fan-Club, hallo erstmal. Wo bist du denn? Ich dachte, du bist schon in unserer Schneise eingest... Nein, ich hab doch gesagt, ich hab grad einen Itchy-Hooter-12er noch gefunden. Jaja, achso, der... ich dachte, der schwimmt dir hinterher. Ja, aber auch bei Haie jetzt, hier Haie. Wo bist du jetzt? Ich hab keine Ahnung, unter Wasser. Du, ich dachte, du warst beim blauen Strahl, dann wärst du doch schon fast zu Hause. Ja, da war ich ja, und dann hab ich mich entschieden, den Itchy zu nehmen. Wo bist du denn? Unter Wasser! Unter dir, Dex. Nein, 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 nein. Ich war grad vorhin einmal unter dir, ich hab's grad gesehen gehabt im Stream. Ja, ja, ja. Ernsthaft? Mhm. Ja, ernsthaft. Ach du Scheiße! Das kann nicht sein, das ist die Wand, kann nicht hier gewesen sein. Hier ist niemand, weit und breit ist hier keiner. Schau uns auf. Unter dir war in der Schiene. Hier! Oh, oh, äh, ja, ich bin ein bisschen... Guck mal aus dem Wasser, jetzt wird's auch noch nebelig. Guck mal aus dem Wasser, tu mal was. Ja, hab ich grad! Grad nicht mehr. Du bist der Auserwählte. Komm mit! Du kannst dich wie zum Ritter schlagen, Stone, das bin ich schon längst. Ach! Wo bist du, wo bist du hin? Beim blauen Strahl, beim Zumpf. Warte, das ist der falsche Itchy. Ah, welcher Itchy ist denn jetzt meiner? Ja. Der Gezähmte. Äh, du? Ja. Jetzt geh ich weg. So, ich bin jetzt beim blauen Strahl. Im Wasser, guck mal. Oh! Keine gute Idee! Aufkommen! Keine gute Idee! Keine gute Idee! Äh... Ich mag Tini András nicht. Guck mal, was hinter mir her schwimmt. Oh! Kaposuke sagt mich! Alter, kommt der aus dem Wasser gejumpt! Oh Gott! Bist du auf dem Griffen? Dex? Alter! Nein. Der Griffen ist über Wasser. Der, der, der ist aber... Alter! Eine ganze Horde Wölfe hab ich den gar nicht gesehen! Boah, die greifen mich an! Jetzt kommt doch der Kaposuke aus dem Wasser gejumpt, ey! Ich hab geklubbt! 104er Megalodon! Das ist ja so cool aus, echt! Boah, ey! Ich hab grad nen Schock bekommen! Warum hab ich das nicht zum Same-Bite? Noch hab ich! Pfff... Das war nicht High-Hub, muhaha! Das war Kaposuke, huaha! Scheiße, ich hab die Hapune nicht weh! Bist du unterwegs? Ich hab keine Quelle bei, aber nicht die Hapune! Ja! Ja! Alter! Äh, bin übrigens über Wasser, ne? Ich bin nicht gestorben, sag das bloß nicht der, 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 der Kim! Der Richtige auch! Die, 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 die ist ja so geil da drauf, wenn ich schon sterbe! Das darf die bloß nicht wissen! Man, jetzt nebelt's auch noch! Und das ist alles Akuma schuld! Ich bin aufgetaucht zweimal! Ja! Ja, entschuldige, ich hatte so ungefähr sieben Haie, so acht Neandreas! Ich glaub, wir hatten tauschen sollen! Und noch ein Manta! Das Dream-Gesetz, Nummer eins! Und das Geile ist, die Itchis sind wirklich gut! Hallo! Hast du meine Sachen rein, so fällig auch rausgeholt? Äh, nö! Ich muss mal ganz kurz wieder zurück! Die drei für mich wichtiger! Das war jetzt nicht so gut! Jetzt bin ich natürlich jetzt hier mit Toffifehn! Toffifeh? Mhm! Ich hab kein, mein, mein Greifen wurde gerade abgeschleppt! Na ja! Boah, der Caprosucus, wie der gerade aus dem Wasser gejumpt ist! Super! Gute Nacht! Gute Nacht! Ist in, ähm, Kuvertüre ganz zufällig meine Harpune? Aber irgendwie ist meine Harpune weg! Ich hab diese komischen Pfeile! Nö! Hm! Hm! Hoffentlich kommen jetzt nicht wieder die Piranhas! Was? Es ist ein Scheißwetter! Mich mal jemanden abholen! Hast du reinzufällig die Wölfe gekillt, Stone? Äh, nein! Shit! Dann will ich jetzt hier wieder sterben! Alter! Jetzt komm! Wieso kauf ich mich nicht an? Okay, jetzt kommt die ganze andere Horde! Hau doch ab, du Pfeil! Ich hab'n Leech an mir kleben! Ich werd' bekloppt, Leute! Ich werd' hier raus! Ich hab' hier alles voller Piranhas! Oh, ich bin wieder tot! Ich hab' zwei Leechs an mir kleben! Wer sagt mir denn, dass der Leech nicht auf Nummer 1 soll? Ich... Ich will... Oh man, Piranhas! Ich bin gleich wieder tot! Stone, hol' mich ab! Ich bin ein... Ich bin ein Dex! Du hast über die Entgriffen! Ja, ich versuch's hier drauf zu kommen, komm! Geschafft? Ja! Jetzt kommt grad der Hai! Ich hab' zu... Oh, Leechs! Guck dir das mal an, Leute! Ich hab' hier Leechs an mir kleben! Die will... Mögen dich halt! Und sogar... Und sogar... Unser Toffi-Fee hat auch'n Leech dran kleben! Deswegen sch... Äh... Schwebt ihr auch so gut wie... Äh... Fliegt ihr auch so gut wie nicht! Da hinten ist ein Alpharaquor! Ja... Du bist wieder bei der Insel hinten? Bist du mit der Falschgeschwung? Guck mal, guck mal! Nein! Ich hab' dem Itchi halt verfolgt! Und naja! Und der war halt hier! Mach' vorher an! Und dann... Hat er Bekanntschaft mit Knieren was gemacht? Ja... Fast! Ich versuch grad' Der... Durch den... Durch den Leechs der nur so langsam jetzt! Ah! Jetzt hab' ich hier noch'n Petri! Bloß nicht! Hoffentlich sind sie nicht aufgeschreckt! Der ist aufgeschreckt! Mann! Wie viel sind denn das denn jetzt? Im Turret! Ist das Toffi-Fee? Wenn ja, kannst du mit kämpfen! Ja, das... Aber der ist zu langsam! Weil der jetzt grad... Ich bin da um sterben, weil ich hab' zwei Leechs an mir, die saugen mir grad' was anderes! Wo hast du sie denn, Clem? Weiß ich nicht! Zwischen den Beinen und im Gesicht! Oh Gott, ey! Ich hab' da... Du hast das jetzt extra gemacht! Ich glaub' du hast jetzt ein Foto gemacht! Das ist ja schon gemacht! Ich hab' noch wieviel Leben? Ich sollte hier nicht hin, sonst sterbe ich auch noch hier. Aber das Ei will ich haben. Alles nur für so blöde Delfine. Aber das ist auch super schwer hier auf der Karte, weil es gibt keine flachen Gewässer. Das ist alles nur so tief. Ein Toffy-Fee ist auch nichts drin, außer den ganzen geilen Graben, den du dir gebunkert hast. Der war aber einer dran gewesen, ganz sicher. Ein Jurassic Park hat... Nein, guck mal hier rein, Dex, den Toffy-Fee-Fee. What the fuck ist denn hier drin? Kann mich mal bitte jemand abholen? Ich habe jetzt sechs Spookies hinter mir, vor mir ein Alpharaptor und im Wasser acht Haie. Ja, sollst du durch Wasser gehen, nicht durchs Land. Was hast du denn jetzt? Hast du jetzt was gezähmt oder hast du was nicht gezähmt? Ich hab was gezähmt, denn waren Knie. André ist wieder da und haben sie wieder alle beide getötet. Ich hab das gar nicht mitbekommen, aber wurde das nicht angezeigt. Doch, wurde das entgegen, weil du vor den Wölfen angegriffen worden bist. Ah, da war es so ein Chaos, okay. Aber das Problem ist, ach guck mal, ich weiß nicht wo du bist. Im Wasser. Ja, das haben wir irgendwie auch schon mal gehabt. Nein, über Wasser. Ähm... Du bist aber immer noch Wasser. Nahe des Olymps. Auf der Öl. Linke Seite, rechte Seite, Sumpf, am Sumpf, im Sumpf, beim Sumpf, beim Wolf, beim... Gegenüber vom Sumpf. Blauen Strahl, lilanen Strahl, gelben Strahl. Weder noch. Ah Mann, Kompi, hau ab. Warum Kompi? Hast du kein Wasser-Team mehr. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, wo der Alpha-Rab ist. Also es müsste die gleiche Ecke sein, wo wir vorhin den Rex getötet haben, glaube ich. Ja, ist es auch. Ich dachte... Ist nicht so leicht zu sagen vom Boden aus, entschuldige. Also, wir haben jetzt einen... Delfin gezähmt, Delfin gezähmt, Delfin gezähmt, Delfin tot, Delfin tot... Delfin gezähmt, Delfin tot. Ja. So läuft. Wann ihr Alpha-Kompis? Wann ihr... 30 Paar-Kompis? Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kompis. Was ein Chaos. Und ich wollte doch eigentlich nur ein... Den Ichi-Flitschi, den du da übrigens zu reitest, die ganze Zeit, das müsste, glaube ich, noch meiner sein, glaube ich, ne? Welcher Ichi-Flitschi denn, bitte? Sind alle tot? Sind alle tot, ja. Alle haben Bekanntschaft mit Kniandrias gemacht. Mann, wie viel haben wir jetzt... Wir sind jetzt verreckt? 3, 4, 5... 6... Da! 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 Da ist jemand! Hinter dir! Dreh um! Kurze Pause. Ich muss mich mal zurücklegen. Links! Links! Das ist jetzt so viel. Runter! 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 Links! Rechts! Und das... Mit sowas muss ich hier spielen, Leute. Rechts! Links! Rechts! Runter! Geradeaus! Oh Gott! Wir sind Profis, Leute. Nur bei Profis gibt's sowas hier. Ich beigebe mich aber aufzugeben. Ich will jetzt so'n scheiß Delfin haben. Oh, da guckt der doch aus dem Wasser. Hallo, Alfa Raptor. Achso, dann kann ich dich direkt ablassen. Nein! Hier ist so viel Zeugs! Ach, Mememe. Du hast jetzt für dein, Fuckin Griffin wirklich so'n weiches Bett gebastelt oder was? Ja ja. Etticht. Hatte ich vier anderen Ander vor. Gorteur hat gleich keine Kuste mehr? Was? Wir sind los geflogen und wollten Delfine zähmen, haben vier Delfine gezogen, er ... gezogen gezähmt und sind wie oft jetzt gestorben eigentlich nicht sehen du bist am weg nach hinten gucken kann ich nicht hallo allos pass auf ja und jetzt weiter jetzt weiter du arsch ich weiß trotzdem nicht nach hinten gucken so besser wenn du mal stehen dann würdest der megadon ist 104 wie wäre es mit megalodon ist wieder da unten ja nein wir sind bei den drei allosaurus bei alfacano da wo wir da wo ihr den ersten alle danke das wollte ich sagen ja unser geschenk alo dex okay der itchie ist low level aber der high ist 104 ich tue mal ganz kurz in das rex und das indominus rex ei soll ich irgendwas mitbringen ja dich und ein foto machen über den sattel meine harpune irgendwie verschwunden ist deine harpune hast du glaube ich rausgeschmissen du ja schon klar wäre das erste mal dass mir sowas wird sagen sie alle hier ist keine harpune drin sagen sie alle ich kann nicht reingucken guten abend cleo vertrauen ich kann nicht in das tier rein munchester hi so ich mache jetzt auch mal die flitsche die sattel ja im inventar kraften glaube ich ne ja das braucht man eine ladung flintheit fiber metal wood heid fiber was mit euro ja roh und was hatte ich noch und wood so wir machen wir haben noch nicht einen einzigen nach hause gebracht das gibt es doch gar nicht winchester ja ich denke die andere ist die schuld die scheinen ist ja den ziemlich geilen leuten ne also das ist auch jetzt nicht so wirklich nicht so einfach normalerweise macht man das hier an dem flachen gewässer da geht man da rein und zähmt das tier aber so bitte schnell guck mal aber so noch mal 10.000 von den blöden haien am arsch hast das ist blöd sagst du noch mantas und die andere jahres so ich hab drei sattel dabei also sattel oder sattel auch da seid ihr hallo 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 machst du mir bitte ne neue hapuna 19 und 4 metall und 8 zementik passt madara uchiha madara uchiha madara uchiha kennt ihr den ja klar anime achso ok keine ahnung gesundheit ja das hätte ich jetzt gesagt gesundheit hallo hallo wieviel polymere brauchtest du konne ich schon mal rein ich brauche exaktamente 19 polymere hier metal ja den rest habe ich schon 8 zementikpaste 60 weiber das auch noch hab ich mal da der sagt ja bestimmt irgendeinen scheiß naja ich brauche 60 scheiber aber die hab ich ja halt da boah die aktion mit dem caprosucus mein herz ist stehen geblieben als der plötzlich aus dem wasser gejumped kam schön danke ja ein zemgehege ist immer ganz gut aber wir müssen auch wissen wo die wo die blöden viecher sind wir können ja ein schiff bauen und auf dem schiff ein zemgehege bauen Schiff habe ich schon ein raft eine raft ich hab Hunger so und kann sich noch an die Aktion ich hab Hunger so und kann sich noch an die Aktion ich hab Hunger Aktion erinnern wo wir mit dem mit dem Raft ich hab eine Apule gefunden mit dem Raft an dem Summ vorbeigefahren sind und dann hat uns doch ein Kaprosucus den wie heißt denn nochmal diese 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 riesengroße schwimmende Kaulkoppe Kapro Kaprosu Nein ähm dieses hässliche Scheiß was unser Wasser in Luft bringt das Oxygenviech das Ja Kaulkoppe Ha Hallo Upsi Ups Moin 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 liebe Sportsfreunde Es ist alles voller Haie aber keine blöden Ha... Delfofinus wie heißt denn nochmal Kaul? Wir Müzen Wir Müzen Der hat dann auf Toilette gekornet wenn du musst Kaulo Kaul 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 Das Vieh Das Vieh Das Vieh No Kaulos Alex wir glaub das Themen können wir auf nächstes Mal verschieben Warum? Wir haben eine Uhr gleich Das heißt? Und? Wir haben nur dass wir gleich eine Uhr haben Und? Das ist ja schön Wenigstens Wenigstens Drei Delfine Wenigstens mit nach Hause nehmen Drei Beschissene Delfine Diplo Kaulos Okay der mit den Level 1er der Level 2er und der Level 3er Diplo Kaulos Genau Ja dann haben wir ein Problem Der war im Weg 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 Glöde Flügel Oh Hier gibt es ja mal einen Riff Hier gibt es ja mal Steine Nicht nur Ahant, sie doch mal eine Es ist ein blaue Strahlen Gehen wir mal mit blauem Strahl gucken Jaja ich weiß sowas Könnte nachher essen Den wollen... Den Strahl gucken Hallo Gnom 6 Bruder ist da. Ja. Oh nein. Diboflugosaurus. Schwarz, schplatt. Also ich bin mal ganz gut so afghanisch. Ich brauch was zu essen. Dauert nicht lange. Obwohl, doch. Ich hab Glück, dass ich in den Ball Pfirsichregen erst. Ja. Jetzt können wir. Was Pfirsichregen? Schleck, 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 schleck. Kriegen nicht die. Danke dir. Schleck, schleck. Ja, schleck, schleck. Oh Gott, der sieht aber cool aus gerade. Muss ich mal ein kurzes Fotoschen machen. Wenn die so tot da hängt. Schleck, schleck. Du machst Fotos von toten Tieren. Ja, der hängt so in der Luft. Das sieht voll cool aus. Aber es gibt echt keine Delfine. Alles voller Haie. Zehntausende Haie, aber keine Delfinus. Wir sollten mal im Verhalt sehen. Wie sagt der, wie sagt der, der, ähm, der Besitzer von Jurassic Park, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Schleck, schleck, alles selber gesagt. Meine Sounds. Ich hab mir überlegt, jetzt lade ich mir irgendwie so ein Sound runter und dann kriege ich dann irgendwie Ärger wegen urheberrechtliche Scheißzeugs und sowas. Ach, weißt du was? Ich mach das selber. Mach einfach mal. Ich mach mal selber, ich trinke jetzt mal was. Nein, mach ich selber. Ähm, wo ist meine fucking Maske? Nein, ich hab die in der Dings gelassen. In das, in das Mighty. Soll ich das dir mitdrinken? Ja, nur um ein bisschen weiter zu gucken. Hallo Axel, bist du auch wieder zurück? Oder warst du nie weg? Ich weiß es nicht. Ich mein, du warst noch weg. Kurz, Zeit. Ähm, Vogel. Da gibt's den Sandy Klingelton. Das wär das auch, ne? Für jede, jedes Mal, wenn ihr eine Nachricht bekommt. Uh, schleck, schleck. Stell dir mal vor. In das Mighty ist keine Maske. Hä? Wo ist die Maske denn hin? Aua. Im Fabrikator auch nicht. Stich. Hm, keine Ahnung. Ich mach ne neue und bringe sie den mit. Ruffy ist auch wieder da. So, ähm. Wir sind immer noch vergeblich, ähm, ähm, Ichiflitschis zu zähmen. Am Zähmen. Wir haben schon, war das vier oder war das drei? Vielleicht doch sechs. Wir haben schon welche gezähmt. Die sind aber jetzt alle in den Bäuchen von Haien, Knidanius. Knidanius. Nur Knidanius. Ach, nur die. Warum hab ich die nicht auf die Liste gesetzt? Eins, zwei, drei, vier. Oh, ist ein Ei. Das Ei nehm ich mir. Hier, vier Itchies hatten wir. Wir sind Freunde, ne? Nein. Ich hab dir ein Ei geklaut, die sagen gar nichts dazu. Hab ich gehabt. Äh, wo bist du denn, Dex? Oh. Ähm, Richtung Wüste. Umgefallener Arc. Juhu. Ganz, ganz links. Kryptolik. 23, 23 ist immer gut. Ist alles in Ordnung bei dir. Willkommen. Ähm, Richtung Ungefallener Arc. Auf der linken Seite am Meer. An der Sandküste entlang. Da bin ich aber, ganz ehrlich gesagt, ich finde, ich finde gar nichts. Ich sehe nicht mal irgendwas unter Wasser. Ja, ist auch ne gute Sache. Können wir das ja direkt bei uns vor der Tür machen. 116er Hai. Hast du? Weiblich, ja. Ähm, große Bucht. Zwischen, äh, uns zu Hause und der Wüste. Okay. Ich, äh, ich versuche zu kommen. Deinen reicht mir, aber gut. Achso, es leckt immer noch. Und bei den anderen Funken ist es jetzt wieder, ist wieder gut. Aber, das kann natürlich bei dir, wenn du sagst, wegen deiner langsamen Leitung, mit der hohen Auflösung zu tun haben. Dex? Nee, nicht die, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Also hier sind ganz viele Brontos in der Nähe. Okay. Ähm, Brachius oder Brontos? Brontos, glaube ich. 76er Haiweibchen und... Gibt's ne Strahl bei denen hier? Warte, ich muss mal wieder hochschwimmen. Hochschwimmen? Ähm... Nein. Gib mir mal ne Koordinate durch. Marek. Weil, ich find hier so nicht. bin, oder? Da ist mal laden hier. Äh... 35. 35. 35? 35, 50. Bin ich doch. Das ist für mich doch sehen. Genau am, 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 am. Ach, du stehst vor dir. Oh, Dex, ne? Ich stehe mit der Karte vor deiner Nase. Geile Sache. Hai! Na, endlich sehen wir uns mal wieder nach zehn Jahren. Ja. Also, ich hab jetzt hier einen 76er Hai, ich find den aber zu wenig, den könnte man töten. Ach, du bist ja schon im Wasser. Ja, hier wollen... Äh, und da hinten ist ein größerer 116. Ähm... Nidaria. Der da gerade runterschwimmt. Stubes C, okay, Nidaria. Werden wir uns merken, Nidaria. Hört sich auch ein bisschen besser an. Wie weit schießen die Harpundinger? Nicht weit. Also nicht wirklich, ja, wie eigentlich wie eine Armbrust. Man muss nur... Ah! Manta, ich will kein Manta. Ja. Ge... Go... Go away. Ach, shit. Hört mich an. Ach, ehrlich. Ich hasse euch. Kommt, sieh. Scheiß. Ranias. Oh, Verzeihung, Dex. Hast du mich auch geschlagen? Ich glaub, ja. Glaub nicht. Ich hab nichts abbekommen. Doch, hab ich wohl. So. 116. Also, der da hinten... Also, es ist... Bring mal den jetzt hier ran. Ja. Lucky, wir machen... Einfach einmal... 40, 76. Einmal draufballern. Oh, 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 oh. Oh, das ist 112. Oh, nein. Und der ist scheiße schnell. Ich muss... Ja, ich muss wegsch... Ich muss den ein bisschen veräppeln, wenn du gerade ausschwimmst. Dann ist das wirklich schneller. So, jetzt zieh mir den hier mal raus. Komm mit. Komm mit. Du hast mich grad... Achtung, zwei. Au, ah, nicht mich auch, Dex. Ja, ich hab dich schon wieder bemerkt, dass ich dich wieder dauernd habe. Ja, Land und was essen. Komm her, du Arsch. Kriegst du alles zurück, was... Durch das ganze Sam-Videos von mit dir und deinen Kollegen... Geht so total geil aus. Denk an deine Stamina, Dex. Soll ich mal übernehmen? Au, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, du kleine Scheiße. Vorsicht, du nicht da vorne. Ja, ich bin gleich tot. Ist tot. Er ist tot, aber... Erstmal kurz, mal ein bisschen Pause. So. Ganz kurz mal wieder Luft holen. Oh. Seht ihr in das Kuba-Tank aus? Juhu. Nixey, Nixey. Dankeschön. Ähm. Ähm. Hatte ich eigentlich drauf geantwortet? Lucky, ganz sicher machen wir dazu Sam-Videos. Zu allen neuen Dinos oder Fabelwesen, Monster, was es doch immer ist. Wir machen dazu wieder zu richtig schöne Sam-Videos. Und der Grave ist wieder dabei. Und ich will mal hoffen, dass man vielleicht nochmal der Wixi oder so dazu kommt. Vielleicht der Grave Fox. Automatix. Aber die sind im Moment was anderes am Zocken. Die einen sind eher an der Playstation am Zocken. Die anderen sind Counter-Strike oder Cross-Out. Und hängen geblieben. Und ja, hau die mal kaputt. Wir brauchen dafür ein bisschen was zu fassen. Hast du irgendwas zu fressen dabei? Bisschen, ja. Was brauchst du? Wenn ich jetzt nicht Dodo kribbel. Ach, hast du rein zufällig das richtige Kibbel für den Hai dabei? Nee, aber Matten. Achso. Okay, klar. Die auch noch eine gute Nacht. Komm, wir schießen jetzt mal einen hier rüber. Dann werden die anderen schon kommen. Nee, Dex, ich glaube, wir sollten für den Großen woanders hingehen. Warum? Nicht von hier. Weil der Große viel zu weit weg ist. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe die Bühne. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das.